Ja, ich bin sehr froh, dass wir alle hier zum Partyfeiern zusammengekommen sind. Danke für Ihr Schein. Ich möchte jetzt auch gar nicht zu viel Wasser in den Wein reinschütten, aber es ist immer noch so, man gibt ja den Titel ein paar Wochen ab, bevor man den Vortrag hält. Und es ist so ein bisschen das Thema Party auf dem Pulverfass. Mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, dass diese Party irgendwann auch zu Ende geht. Das wird Teil meines Vortrags sein. Was macht man in diesem Fall? Das ist etwas, was ich mit Ihnen teilen möchte. Nicht, dass ich die Glaskugel habe, aber es gibt bestimmte Prinzipien und es gibt bestimmte Wege und Suchmechanismen, die einem helfen, sich auch in diesem Umfeld zu orientieren. Und wie die aussehen, da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingehen. Über uns, viele kennen uns mittlerweile schon. Ich will nicht allzu viel auf diesem Slide verweilen, aber eine Sache, die mich besonders freut, ist, wer mich länger kennt, weiß das, meine Vergangenheit ist in dem Bereich Fonddatenbanken, Fond Performance, Fond Rating gewesen. Und ich habe jetzt dieses Jahr die Auszeichnung als Fondmanager des Jahres bekommen. Die Tatsache, dass ich diesen Event ins Leben gerufen habe, sollte nicht dazu verleiten, zu sagen, du hast dir den Titel gekauft. Nein, der ist mir tatsächlich verliehen worden. Damals hieß die Zeitschrift DM, heute heißt die Euro. Ist also schon ein paar Jahre her. Ja, unsere Historie zeigt, dass wir... Dankeschön. Wir machen das schon relativ lange mit den Aktien in verschiedenem Umfeld. Früher waren das Aktienclubs, die gibt es immer noch. Risiko 3000 Mark zu verlieren, hat der Gründer unserer Firma gestartet. Dann ist der jetzt ausgeschiedene Kollege Rainer Sachs, dessen Position ich jetzt übernommen habe, den habe ich als Aktienclub-Mitglied erlebt und so sind wir eigentlich als Aktionäre und Club-Mitglieder an den Start gegangen. Und irgendwann als Family Office ging das weiter und dann der Wunsch, dadurch, dass wir eine unternehmensnahe Stiftung hatten, auch anderen die Dienstleistung anzubieten, hat zur Share-Value-Stiftung, eine Stiftung, die zu 100% in Aktien investiert geführt und dann auch zur Gründung des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Der trägt seinen Namen, das ist ein Fonds, der für Stiftungen unterwegs ist, aber eben Aktien, in Aktien investiert. Herr, ungewöhnlich. Real Kapitalerhalt und Aktien überhaupt, das ist für den Prima globale Werte, für den Frankfurter Value Focus und auch für den Frankfurter Stiftungsfonds immer noch das essentielle Kernelement in den Mandaten, die wir haben. Unsere Philosophie, die hat sich über die Jahre zwar weiterentwickelt, in vielen Ausprägungen, aber es bleibt letzten Endes für uns das A und O, die Sicherheitsmarge. Das bedeutet, 60 Cent für einen Euro zu zahlen. Günstig kaufen, teuer verkaufen, war immer schon eine gute Idee an der Börse. Und damit kommt man zum Erfolg. Jetzt muss man nur noch einen Weg finden, das auch machen zu können. Man muss es bewerten können und dann muss man eben selber in der Lage sein, wenn Angst einen ergreift, trotzdem zuzuschlagen. Dann achten wir auf eigentümergeführte Firmen und wir finden einfach Anreizthemen sehr, sehr wichtig. Ich gehe nachher nochmal mehr drauf ein. Das liegt mir sehr am Herzen. Dadurch, dass wir jetzt größer geworden sind, hören uns mehr Leute zu. Und wir arbeiten daran, dass wir durch verbesserte Anreize in Vorständen und Aufsichtsräten von nicht-Familien-Eigentümer geführten Firmen bessere Firmenkultur auf Dauer bekommen und für uns auch bessere Firmen zu investieren. Und dann geht es um das Thema wirtschaftlicher Burggraben, der strukturelle Wettbewerbsvorteil. Wir stellen uns die Firma immer vor als eine Festung, eine richtig schöne, große Festung. Und diese Burg, die schützt sich durch einen Burggraben. Diese strukturellen Wettbewerbsvorteile sind zum Beispiel Lizenzen, Patente und Schutzrechte. Da kann ich mich vor dem Wettbewerb schützen. Das, was wir als Konsumenten so schön finden, nämlich die Innovation, die Tatsache, dass Produkte immer günstiger werden, das ist etwas als Eigentümer einer Firma und als solche sind wir ja unterwegs als Aktionär, finden wir das schrecklich. Wir wollen uns davor schützen und dafür gibt es Möglichkeiten. Das bewerten wir, wie gut dieser Schutz ist und das nehmen wir dann auf in das Konzept, kaufen wir jetzt die Aktie, ja oder nein. Und dann haben wir leider einen Raum vor uns, den wir nicht selber bestimmen, sondern der Markt wird geprägt durch Angst und Gier, durch die Meinung, die wir alle haben, durch unsere Emotionen. Und dieser Mr. Market, unser manisch-depressiver Freund, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und da gehe ich am Schluss ein, damit Sie eine Idee bekommen, wie das aussieht. Ja, unsere Party, also wir feiern 10 Jahre Party mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, ist eben jetzt der längste Fonds. Wir haben letztes Jahr 14% geschafft, das ist schön, weil das ist über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, das sind 11% und das ist auch unser Wunsch. Wir wollen versuchen, Zweischlägerenditen bei moderater Volatilität hinzubekommen. Das ist, je mehr die Werkte nach oben gehen, umso schwieriger und ich kann das nur dann versuchen, hinzubekommen, wenn ich agil bleibe. Also aktuell haben wir jetzt eine höhere Cashquote, wenn es mal einen Rücksetzer gibt oder eine einzelne Firma sich zerlegt, kann ich zuschlagen. Das mache ich übrigens nicht alleine, das ist ein ganzes Team, früher waren das drei Leute. Mein Kollege Rainer Sachs ist jetzt nicht mehr dabei operativ, der ist jetzt mein Aufsichtsratsvorsitzender. Mit diesem Team an Talenten graben wir nach den guten Ideen und versuchen auch in einem Umfeld von Überbewertungen immer noch diszipliniert, unsere Philosophie günstig kaufen ist eine gute Idee, treu zu bleiben. Das wird immer schwieriger, je mehr Geld hineinkommt, aber ich kann Ihnen nachher auch was zeigen, auch wenn ich den Namen nicht verraten darf, was wir aktuell gerade wieder gefunden haben. Im Prima globale Werte haben wir einen Kollegen, den Jefai Lu, den ich gerne mal herausarbeiten möchte, unter anderem, weil er auch ein Buch geschrieben hat. Der hat alle Aktien, die Warren Buffett überhaupt schon mal hatte, herausgearbeitet und ein Buch veröffentlicht und der ist zusammen mit Ulf und mir im Prima globale Werte unterwegs und ist in bestimmten Branchen, die sehr viel Wachstum versprechen, besonders engagiert und richtet das Portfolio darauf aus. Wir sind, wenn man so möchte, der menschliche Faktor, nicht die Maschine. Es gibt ETFs, es gibt den Grund passiv zu investieren, wir versuchen uns diesem Trend entgegenzustellen und etwas anzubieten, was eher eine Art Vermögensverwaltendes Konzept ist. Die Frage ist, welche dieser Aktien bringt Ihnen denn auf Dauer etwas, wo Sie sagen, nicht nur Ertrag, sondern eben auch bitte wenig Risiko. Das ist das, was wir versuchen hinzubekommen, dass wir eben die schlechten vermeiden und einige der guten Gedanken drinnen haben und dass die vielen Ideen, die sich uns anbieten, dazu führen, dass wir möglichst wenig falsche Entscheidungen treffen, die dann wiederum sich negativ auswirken. Es gibt viele Gründe, die für die Maschine sprechen. Wenn man Emotionen ausschalten will, dann ist doch nichts besser als eine Maschine, die in der Lage ist, die komplett auszublenden. Aber es menschelt halt in vielen Entscheidungen, besonders wenn es darum geht, Positionen zu besetzen, die Anreize wirklich so zu gestalten, dass sie langfristig positiv für die Firma wirken, dann sind das Menschen, die das machen und nicht Maschinen. Es gibt viele Aspekte, die uns dazu führen zu sagen, es ist nach wie vor trotz künstlicher Intelligenz und allen regelbasierten Themen so, dass wir mit unserer Art und Weise, wie wir anlegen, einen Grund für die Existenz haben. Und das ist etwas, wo man sagen kann, ich kann Ihnen die Fehler erklären, die wir machen. Sprechen Sie mal mit der künstlichen Intelligenz, das ist eine Black Box, die Regeln, die das neuronale Netz sich selbst erarbeitet, kann es Ihnen nicht erklären. Wir nutzen Technologie, umfangreichst. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten zu screenen. Wir programmieren uns die Art und Weise, wie wir auf Firmen gucken, selber. Und das erlaubt uns eben schneller zu werden und eben tiefer zu gehen für viele, viele Titel. Es ist nicht so, dass wir das nicht nutzen, das Instrumentarium, aber bei uns bleibt der menschliche Faktor bestimmt. Was ist uns dabei besonders wichtig? Ich möchte einfach mal den Herrn Siemens hier zitieren. Für augenblicklichen Erfolg verkaufe ich die Zukunft nicht. Wie kann man sowas Modernes schon vor, ich weiß nicht, fast 200 Jahren sagen? Das wäre doch toll, wenn es auch viele Manager machen. Es geht einfach darum zu sagen, Skin in the Game matters. Wenn ich selber mit eigenem Geld investiert bin, dann ändert sich meine Perspektive. Ich gucke nicht mehr auf das Kartalsergebnis, auf meinen Bonus. Ich achte darauf, dass die Firma sich langfristig gut entwickelt. Und diese Dinge, die bewegen uns enorm bei der Auswahl unserer Aktien. Wir achten also auf Integrität, operative Fähigkeiten. Ist es ein guter Manager? Ist er in der Kapitalallokation das Wichtigste, was ein Manager machen soll, wirklich exzellent? Und wenn nicht, können wir ihm helfen im Dialog. Sowas wie ein Aktienrückkauf ist eine tolle Sache. Muss man übrigens auch nicht versteuern, noch viel besser als Dividenden. Und Skin in the Game, bist du bereit, lieber Manager, wenn es nicht eine eigentümergeführte Firma ist, selber Aktien zu halten, damit wir nicht diese Interessenskonflikte haben. Und dann ist das Thema bei Buffett, unserem Role Model, fantastisch. Der sagt, wir gehen immer davon aus, dass wir von vertauschten Rollen reden. Wenn wir an deiner Stelle wären, lieber Investor, was würden wir denn erwarten, was du uns berichtest? Ich will dir alles berichten, damit du ein faires Bild machen kannst, eine Meinung bilden kannst über diese Firma. Und das versuchen wir eben wirklich herauszuarbeiten in der Art und Weise, wie wir uns mit den Firmen beschäftigen. Dazu gehören auch Werte dieser Leute dazu, wo wir wissen, sie sind Anzeichen dafür, dass das tolle Manager sind. Also sind sie bescheiden oder sind sie eher die Hochglanz-Manager? Sind sie ehrlich? Kann man ihnen vertrauen? Würde das Portemonnaie, wenn ich es auf dem Tisch liegen lasse und ich auf die Toilette gehe, danach immer noch voll sein oder nicht? Das sind wichtige Themen, die wir uns fragen, wenn wir eben mit dem Manager am Tisch sitzen. Es ist schwierig, mit künstlicher Intelligenz sowas zu machen. Jetzt sind das alles Forderungen, die wir hier stellen, wo ich sagen muss, es ist sehr schwer, so eine Firma im Idealbild zu finden. Ich habe mal etwas mitgebracht, wo ich selber in einem Verwaltungsrat war, der Firma Pulsion, um zu sagen, was bedeutet denn Transparenz? Also Transparenz, bis es wehtut. Ich kann Ihnen sagen, die Diskussion mit den Abteilungen, die wir hier gerade nicht so gut ausgesehen haben lassen, waren intensiv. Weil das ist ein Geschäftsbericht, das ist eine Öffentlichkeit. Wenn wir sagen, die Ergebnisse waren eher enttäuschend, wir sind dem Ziel nicht näher gekommen, dann ist in dieser Abteilung erstmal eine richtig schlechte Laune. Weil das weiß dann jeder und dann wird auch gefragt, was ist denn bei euch los, warum macht der denn nichts? Und genau das wollen wir ja auch. Die sollen sich weiterentwickeln, die sollen einfach mit ihrem Hintern hochkommen und was tun. Es ist halt so, dass diese Ehrlichkeit dann wiederum die Leute auch antreibt, was zu verändern und zu verbessern. Und das ist etwas, was wir immer wieder finden bei Firmen. Key Performance Indikatoren, damit ich Firmen schnell verstehen kann. Also welche Firma wird so geführt, dass ich schnell verstehe, ob sie gut oder schlecht unterwegs sind, wo sie Ziele erreichen oder übererfüllen. Ich habe mal so ein paar Firmen mitgebracht, können Sie selber mal in die Berichte gucken. Eine Bächte, eine Kränke, eine Fuchs Petrolup, wirklich fantastische Aushängeschilder, wie man Firmen nach Key Performance Indikatoren führen kann. Es gibt ein Buch, das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Es ist The Outsiders und der Mann, der Herr Thorndike, hat sich hingesetzt und hat gesagt, ich schaue mir die besten Manager der Welt an und überlege mal, was die vielleicht gemeinsam haben oder wie sie sich unterscheiden und was ich davon lernen kann. Das haben wir auch gemacht. Einige dieser Namen kennen Sie vielleicht, andere haben Sie noch nie gehört. Das ist auch ein Kennzeichen dieser Menschen, dass sie nicht unbedingt auf der Titelseite stehen wollen. Was machen die Menschen? Die sind herausragende Kapitalallokateure. Der Manager entscheidet darüber, was mit der Mittelverwendung, das ist ja unsere Firma. Das ist einer, dem wir die Firma anvertrauen. Er muss entscheiden, investiere ich in die Zukunftsobjekte, mache ich eine Dividende, weil ich nicht weiß, ob das ein gutes Investitionsobjekt ist oder nicht, führe ich die Schulden zurück. Das ist die allerwichtigste Entscheidung oder noch besser kann ich tolle Aktienrückkäufe machen und die Aktien einziehen, um den Gewinn zu verdichten. Also es geht darum, dieses antizyklische Element hinzubekommen. Das sind die wesentlichen Elemente. Der typische CEO beschäftigt sich nie damit. Das ist überhaupt nicht sein Ding, denn er hat ja kaum was im Einsatz. Der hat kein Geld im Einsatz. Der ist wirklich so, dass er sagt, ich möchte auf der Titelseite stehen, ich fliege gerne Privatjet, das ist das, was mich glücklich macht. Das ist etwas, was ein typischer Manager macht. Der Eigentümer sieht da ganz anders aus. Für ihn ist es so, dass er selber so viel Anteil an der Firma hat, dass sein Gehalt in den Hintergrund tritt. Und genau dieses Anreizsystem ist etwas, was wir jetzt mit unserer Initiative, dass wir sagen, the board pyramid, so nennt sich das Anreizsystem, wird etabliert in Vorständen und Aufsichtsräten, soll dazu führen, dass auch Manager geführte Firmen so langfristig und nachhaltig geführt werden. Denn, was gerade jetzt passiert an der Wall Street, Earnings per Share Tuning, das ist etwas, was bonusgetrieben ist. Die kaufen zurück, obwohl die Aktie überbewertet ist, bis zum geht nicht mehr, weil sie den Gewinn verdichten und damit ihren Bonus auslösen. Das hassen wir wie die Pest. Da kann man nicht mitinvestieren. Das ist falsch. Es ist sinnvoll, in der grünen Ecke zu investieren. Wertschöpfend. Wenn die Aktie unterbewertet ist und ich kaufe zurück, dann schaffe ich Wert. Und nicht, wenn sie übergewertet ist und ich damit meinen Bonus erreiche. Also, wir nennen das Skin in the Game, selber wirklich sich einzusetzen mit eigenem Kapital. Und das wesentliche Element ist für uns dabei zu beurteilen, wir haben keine Neidgefühle, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Wenn jemand eine Firma führt wie ein Unternehmer und dabei steinreich wird, dann muss ich sagen, ich mache einen Kniefall vor diesen Managern, die so gut sind, wenn sie uns doch bitte auf diesem Weg alle mitnehmen und reich machen. Aber nicht nur, wenn sie sich die eigenen Taschen stopfen. Das wollen wir nicht. Die sollen dafür belohnt werden, dass sie ausgezeichnete Arbeit machen und auch Werte für andere schaffen. Also brennen sie eben für den Job oder nur dafür, dass sie Geld für sich selbst schaffen wollen. Das müssen wir beurteilen. Ist das wirklich wichtig? Ich möchte Ihnen einfach mal einen Chart zeigen, wie wichtig das ist. Wenn Sie die Kursentwicklung von BMW gegenüber Daimler über lange Jahre sehen, dann sehen Sie bei BMW einen Aufsichtsrat, der von einer Eigentümerfamilie geprägt ist und so auch gehandelt wird. Bei Daimler über Jahre eine Manager geführte Philosophie. Ich sage nichts darüber, dass aktuell die Daimler-Autos wieder richtig interessant sind und BMW vielleicht erst den nächsten Lauf wieder hat. Aber was eben wesentlich ist, ist dieses Thema, Skin in the Game, um einfach mal so ein paar deutsche Firmen zu zeigen, die auch jeder kennt. Wir haben jetzt, und ich will Sie nicht mit den Details, können Sie gerne nachlesen, gibt es jetzt in der Zeitschrift der Aufsichtsrat, hat mich sehr gefreut, unsere Board Pyramide zu nehmen. Das wesentliche Element ist die Basis, der Shareholder Value, Wertgewinnung, der Verdichtung. Das Thema, was wir auch im Namen führen. Und der Rest ergibt sich von alleine und soll schön langfristig und nachhaltig sein. Glücklicherweise ist das so ein interessantes Thema. In Deutschland ist es so, dass Aufsichtsratsvergütung, die variabel ist, eigentlich nicht gewollt wird. Also mussten wir Wege finden, wie es trotzdem Gesetze gibt, die das eigentlich nicht unterstützen, sondern im Gegenteil ausschließen, dass wir einen Weg finden. Den haben wir gefunden und seit gestern macht Handelsblatt dafür Werbung, wir haben eine Zeitschrift, der Aufsichtsrat, da ist unser Konzept von dem Professor Louis Feldhues, ganz detailliert erklärt. Wer Spaß daran hat und mitwirken möchte, dabei die Firmen in der Incentive Scheme Situationsverbesserung, bitte einmal reingehen. Jetzt mal kurz auf das Thema, was mir eben auch wichtig ist. Wie kann man sich denn jetzt mit diesem manisch-depressiven Freund auseinandersetzen? Wie ist der zurzeit drauf? Was können wir sehen? Wir nutzen die Tatsache, dass die Launen über Befragungen tatsächlich messbar sind dazu, dass wir die Aktienquote steuern. Und wir nehmen dazu ein Puzzle, dass wir jedes Mal neu zusammensetzen. Wir haben keine künstliche Intelligenz dazu, wir haben unsere Mitarbeiter und Talente, die eben darüber nachdenken. Und wir haben zurzeit eine Aktienquote, die ist eher so bei Mitte 60 Prozent, denn wir haben eine Wertwahrnehmung, die ist okay, aber die Stimmung ist leider in einigen Ecken schon ziemlich euphorisch. Es ist auch nicht so, dass keiner mehr dabei ist. Also auch hier auf dem Fondskongress sind es doch sehr viele mittlerweile. Und die Übergewichtssituation, die wir eben auf den Aktien haben, finden wir im Spiegelbild als Untergewicht auf der Rentenseite. Ich gehe also davon aus, dass wir Zinsen haben werden, die steigen, dass die Zinsen demnächst wieder eine Alternative zur Aktie sein werden und dass wir deswegen mehr Volatilität bekommen. Wir kommen aus einem Goldilocks-Szenario. Alles perfekt, Wohler, sehr niedrig, Zinsumfeld negative Zinsen. Wer mag das schon? Ihr müsst was tun. Was ist denn, wenn wieder eine Alternative da ist? In den USA geht das schon wieder los. Dort haben wir schon wieder steigende Zinsen. Bei uns wird es demnächst auch so sein. Und das ist ganz plausibel. Sie müssen mal schauen, dass es hier seit 1998 diese Grafiks, da muss man einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es noch extremer wird, ist sehr gering. Die Überbewertung der Einzeltitel, wenn Sie mal diese verschiedenen Bandbreiten sehen, in denen sich Bewertungen bewegen können, dann sehen Sie, dass wir an der obersten Ecke der Bewertung rauslaufen. Das ist etwas, was auch nicht nachhaltig ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, in welcher Woche oder Monat das der Fall ist. Ich weiß nur, wer jetzt Cash hält, wird in der Regel dafür belohnt, wenn man ein bisschen Geduld hat, weil es sich wieder bessere Chancen anbieten, wo die Bewertungen günstiger sind. Ich habe auch etwas mitgebracht, ich nenne das den Silly Money Indicator. Das ist der Sotheby's Chart. Sotheby's, ein Auktionshaus für Kunst. Wenn ich sehen sollte, dass Sotheby's, um zu sagen, wir haben keine Glaskugel, wir können uns immer nur orientieren, sollte Sotheby's über diesen sehr langfristigen Widerstand nach oben ausbrechen, und das ist dann wirklich spürbar, dann wäre das diese These, dass die Liquidität sich verschlechtert, die Zinsen steigen nicht zu halten. Also, Silly Money geht in Kunst und das findet sich in dem Auktionshaus Sotheby's wieder. Kann man noch nicht sehen. Gleichzeitig, Bullish Newsletter, die Börsenbriefschreiberlinge sagen, seit 1986 waren wir nicht mehr so optimistisch. Das ist nicht so, dass dann morgen schon alles wieder kippt und aufhört, aber wir sind halt sehr optimistisch. Das sagen jetzt die Börsenbriefschreiber. Ich kann Ihnen eins sagen, meine Fondsmanager-Kollegen sagen das auch. Wir sind alle sehr optimistisch, wir halten alle sehr niedrige Cash-Quoten, wir sind alle wunderbar dabei, und übrigens sind die Hedgefonds, die keine Aktien haben, sind jetzt auch in Aktien investiert, weil sie gemerkt haben, wie toll das mit den Aktien ist. Privatanleger, gibt es denn da Hoffnung, dass die jetzt kaufen können? Schauen Sie sich das mal an. Es ist jetzt, ich nehme sonst gerne immer den AAII, Association of American Individual Investors. Ich habe hier mal ein Aggregat von verschiedenen genommen. Sie sehen, dass auch die Privatanleger extrem bullish sind. Und jetzt ist die Frage, was nehmen denn meine Fondsmanager-Kollegen an Risiken wirklich wahr? Sieht man hier Overexposure von Aktien, Überbewertungen von Aktien und so weiter? Nein, ich sehe hier Short Volatility und Longfang und Butt. Also Baidu, Alibaba, Tencent und Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Google steht da immer noch da. Das sind die Trades. Und dann natürlich Bitcoin. Wer es noch nicht gemerkt hat, da ist ja auch eine Blase im Werden. Und diese Dinge heißen nicht, Aktienrisiko ist in meiner Erkenntnis, sondern da ist alles ganz ruhig. Da muss man mal drüber nachdenken, wenn alle so euphorisch sind, warum sieht denn keiner bei der Überbewertung das Risiko? Inflation und Bond-Crash. Also ja, Inflation kann ich mir vorstellen. Auch das Thema Elektroautos wird nicht so schnell kommen. Es ist eben vorstellbar, dass zu wenig Ölförderung investiert wurde und deswegen der Ölpreis nach oben geht. Kommt auch dazu, dass Saudi-Arabien ja eben derjenige ist, der am ehesten den Ölhahn zudrehen kann und die wollen dann auch noch ein IPO der größten Ölgesellschaft machen. Da hilft ein starker Ölpreis. Das hilft dann auch der Inflation. Wir sehen Zinsdifferenzen und die funktionieren zurzeit gar nicht für den Euro-Dollar. Warum bin ich für unseren Raum gar nicht so pessimistisch? Ich sehe eher die USA gefährdet. Ich sehe Deutschland, Europa eher stärker. Das liegt daran, dass wir sehen, dass die starke Euro-Bewegung erstmal kurz davor ist, an einen Widerstand zu laufen und wir dann wiederum eine Gegenbewegung bekommen. Es sind ja immer Wellenbewegungen. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass nach dem Auslaufen des aktuellen Trends im Euro wir wiederum einen stärkeren Dollar bekommen werden und aus diesem starken Dollar europäische und deutsche Firmen nochmal Rückenwind bekommen. Wenn ich das Gold sehe, dann habe ich zwar eine starke Wertwahrnehmung, die rote Linie, aber ich habe auch hohen Optimismus. Und wenn die Zinsen steigen, dann ist es so, dass die Realverzinsungssituation sich nicht verschlechtert, sondern sie bleibt stabil oder sie verbessert sich. Der wichtigste Treiber für Gold ist die Entwicklung der Realverzinsung. Schauen Sie sich die Zinsen minus Inflationsrate an, dann können Sie Gold erklären. Was weniger auf der Uhr haben, ist, dass in China gebremst wird. In China gibt es viele Schulden und China fährt eben Geldmengen zurück. Es wird versucht, auf dem Hausmarkt eben zu bremsen. Das könnte ein Risikofaktor im Laufe des aktuellen Jahres, spätestens im nächsten Jahr sein. Findet man denn jetzt in diesem Umfeld überhaupt noch Aktien? Die gute Nachricht ist, diese Firmen entwickeln sich unabhängig davon, was der Markt an Stimmung, an Angst und Gier hat, auch aus sich heraus weiter. Ich darf jetzt aus Mifid-Gründen den Namen dieses Titels nicht nennen, aber ich kann Ihnen den Sektor sagen. Es geht eben um einen Sektor, den keiner mag. Das ist schon mal eine gute Basis. Also Retail ist out. Wenn irgendwas out ist, könnte es unterbewertet sein. Wir haben jetzt eine Bewertung vom KGV von 8 bis 9, eine Free Cashflow Yield, die ist zweistellig und ein Management, wenn Sie sich mal auf den Business Owner konzentrieren, dann sehen Sie, es gibt keinen Eigentümer, aber ein Management mit einer Anreizstruktur, die uns echt gut gefällt. Die müssen mit 5 mal Grundgehalt immerhin investiert sein. Das ist schon signifikant und Sie müssen es übrigens auch relativ lange halten. Also dort ist eine gewisse Disziplin dahinter. Jetzt zeige ich Ihnen mal den Chart. Man konnte auf dieser Branche wunderbar rumhacken. Die Lehrverkäufer kamen mit ihrer Studie an und das Ding kennt kein Halten mehr. Und jetzt hat das Management gesagt, wir müssen was tun und Sie tun es auch. Also wir konnten sehen, dass Sie es tun. Aber noch immer ist die Angst im Markt durch diese Lehrverkäufer die Chance für unseren Einstieg. Und das gibt es immer wieder. Wir kaufen gerade jetzt im Solarbereich, weil der Trump die Solarzölle in Amerika erhoben hat. Also der Markt bewegt sich permanent. Wir finden immer wieder Ideen. Eine Firma, die macht Software. Diese Software wurde gehackt von Wettbewerbern, hat es an die Kunden günstigst weiterverkauft. Plötzlich drittelt sich die Aktie. Das sind schöne Gelegenheiten. Welche Überraschungen könnten auf uns zukommen, wenn ich von den Einzeltiteln mal weggehe? Wir sind nah an der Kapazitätsgrenze. Das bedeutet, jetzt kommt es dazu, dass wir Preiseffekte erwarten können. Es gibt geringe Arbeitslosenquoten. In Amerika sind wir bei 4, auf dem Weg drunter unter 4%. Da könnte mal auf der Lohnseite was passieren. Die EZB, da sind wir mal gespannt, ob es ein Deutscher wird, der nach dem Draghi nachfolgt, geht fest, ich gehe fest davon aus, dass sie nicht mehr so weiterpumpen. Und allein das Nicht-mehr-Pumpen ist schon etwas, was eben zinserhöhend sein wird. Ich denke, Negativzinsen sind vorbei. Ölpreis über 80, kann ich mir vorstellen. China würde ich beobachten. Und natürlich die Frage, gibt es solche externen Risiken auch dieses Jahr, die wir sonst immer sehen, aus der Politik. Was wäre denn, wenn Putin nicht wiedergewählt würde? Fast unvorstellbar, aber man soll nie, nie sagen. Und was ist, wenn die Engländer wieder zurück wollen, die EU, und Trump und die Republikaner die Wahlen verlieren? Naja, Deutschland scheidet aus. Ich hoffe ja eher, dass wir gewinnen, aber ja, ich möchte festhalten, wir sind in einer der längsten Hossen. Es gab fünf andere Hossen, die haben insgesamt noch mal anderthalb bis zwei Jahre längere Trends nach oben gehabt. Die Wahrscheinlichkeit ist gut, dass wir noch ein bis anderthalb Jahre vor uns haben, aber am Ende wird ein bisschen mehr am Bäumchen gerüttelt. Diese Niedrigwohlerzeit, die liegt jetzt erst mal hinter uns. Man kann mit Aktien auch in diesem Umfeld immer noch gut Geld machen, aber mehr Cash halte ich für ratsam. Wir haben zu lange schon so einen schönen Lauf hinter uns. Und das Thema Volatilität, also wenn Sie auf diesen Trades setzen, dass Sie sagen, die Vola bleibt zu niedrig, dann würde ich nur dazu raten, bitte überdenken Sie das noch mal. Langfristzinsen von drei Prozent bedeutet von den niedrigsten Niveaus der zehn Jahre eine Verzehnfachung der Zinsen. Eine harte Nummer. Was sind schon drei Prozent? Meine erste Hypothek habe ich bei 6,8 abgeschlossen. Das war damals das niedrigste Zinsniveau der letzten 20 Jahre. Nummer als Idee. Wenn Sie selber überlegen, was Sie dann machen können, dann gibt es bei uns mittlerweile nicht nur einen Fonds. Neben dem Prima Globale Werte, wo ich Ihnen den Jefailu heute vorgestellt habe, finden Sie natürlich auch unseren Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Die defensive Nummer ist der Frankfurter Stiftungsfonds. Der ist im September erst an den Start, ist eher noch klein. Fünf bis sieben Prozent Ertrag bei ähnlicher Vola, also nicht so viel Risiko. Wir bereiten uns damit auch schon vor, dass man, wenn man mal ein bisschen Chips vom Tisch nehmen will, bei uns auch eine Alternative findet. Wir haben das aggressive Mandat mit dem Frankfurter Value Focus vor der Zulassung. Da sind wir letztes Jahr auch mit über 30 Prozent plus rausgekommen. Also das ist dann die wirklich aggressive Variante. Das ist in diesem Umfeld eine Frage, wer trägt das Risiko gerne mit. Ich tue es, aber es ist nicht für jeden. Sie finden diese Präsentation natürlich auch im Nachgang nochmal zu meinem Vortrag. Vielleicht finden Sie mehr, als Sie gedacht haben bei uns. Danke für Ihr vielzähliges Erscheinen und alles Gute. Applaus